Cat Studios präsentiert das erste große Katzenerlebnis. Ein Film voller fauchender Explosionen. Ein Film basierend auf echten Ereignissen von dem ersten Katzenkrieg. Es ist eine Schilderung von dem harten Kämpfen zwischen den Katzen und ist eine perfekte Metapher für die Korruption der Welt durch den Kapitalismus. Ein Kampf um die wichtigsten Dinge im Leben. Von den Machern von Cat Tweck, der Herr der Katzen und Cat Ways. Miao, 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 Miao. Miao, Miao, Miao. Krieg der Katzen. Ein Film von dem Katzentrieb. Hoffentlich nie in einem Kino nahe dir. Miao, 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 Miao.